Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Seit Montag sind ja Ravi Matondo und Jean Bostroin schon wieder zurück auf Schalke und trainieren ja mit den Profis. Kurz zuvor gab es aber auch ein deutliches Gespräch mit Frank Kramer und Rufen Schröder, wie man eben auch dann mit ihnen während des Trainings plant. Frank und ich haben direkt das Gespräch mit ihnen gesucht. Wir haben gesagt, dass wir eine eingeschworene Truppe haben und dass sie sich da integrieren sollen und nicht aufgrund der persönlichen Situation ein anderes Auftritt an den Tag legen. Und sie geben sich wunderbar. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Ravi und Jean haben ihre ersten Läufe auch sehr, sehr gut gemacht. Und nun am heutigen Donnerstag geht es ja weiter, denn dort werden Amina Ried und Osan Kabak zurückerwartet. Ihr verlängerter Urlaub hat nicht dabei geholfen, einen neuen Klub zu finden und deswegen sind sie nun zurück. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Osan und Amin auftauchen. Trotz vielleicht konkreter Gespräche müssen sie jetzt ins Laufen kommen. Wir haben Ravi und Jean integriert, das hat reibungslos geklappt. Das wird bei den beiden genauso sein, sagte Schröder, der auch nicht glaubt, dass sich Arid und Kabak komplett abkapseln werden. Ich mache mir keine Sorgen. Beide sind ehrgeizig genug, ihren Weg weiterzugehen. Denn sie wissen, wenn ich eine Woche weniger mache, holt mich das später ein. Arid sei ja vor allen Dingen auch in Frankreich gefragt und auch für Jean Bostouan gäbe es Interessenten. Jean hat seinen Marktwert bei Bejikdas gesteigert. Ich habe ihm zu der Sorge gratuliert. Es ist aber gerade nicht so einfach, weil viele Klubs sagen, der Spieler ist interessant, aber ich muss selbst erstmal verkaufen auf der Position. Und viele Fans fragen sich ja auch, warum kann man denn so Spieler wie zum Beispiel einen Jean Bostouan nicht wieder eingliedern? Gestern im Testspiel hat er auch wirklich einen guten Eindruck gemacht. Auf den Positionen, die er spielen kann, haben wir eine Reihe von Spielern. Und wenn du doppelt, dreifach, vierfach besetzt sein solltest, hat das keinen Sinn. Du wirst auch dem Jungen nicht gerecht. Dann wird es ein Abwägungsprozess. Und dessen ist eben auch klar, dass Bostouan genauso wie Arid, Matondo und Kabak verkauft werden soll. Aber es ist natürlich auch noch möglich, dass sie allesamt nochmal das Schalke-Trikot tragen. Denn solange sie mittrainieren, fit sind und vor allen Dingen sich auch in der Gruppe integrieren, seien sie auch Thema für Testspiele. Wie bereits gesehen bei Jean Bostouan. Und auch vor einem Jahr stand ja Minarit in einigen Tests auf dem Platz. Auch das könnte jetzt wieder der Fall sein. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Le Schalker.